Kommt dir schnelles Haarwachstum und kein Haarausfall wie ein Traum vor? Mit den richtigen Methoden ist das möglich. Heute sprechen wir darüber, wie du deine Haare schneller wachsen lassen und Haarausfall verhindern kannst. Es geht darum, die richtigen Materialien zu verwenden und zu wissen, wie du dich um dein Haar kümmern musst. Tatsächlich gibt es viele Faktoren, die das Haarwachstum beeinflussen und sie zu verstehen, kann dir helfen, den Prozess zu beschleunigen. Deine Haare sind eine der auffälligsten und komplexesten Eigenschaften unseres Körpers. Jeder Haarstrang besteht aus einem harten Protein namens Keratin. Dieses Protein macht die Struktur deines Haares stark und flexibel. Deine Haare wachsen aus kleinen Follikeln unter deiner Haut. Diese Follikel bestehen aus lebenden Zellen, die sich durch Zellteilung ständig erneuern und so das Haarwachstum ermöglichen. Der Wachstumsprozess des Haares besteht aus drei Hauptphasen. Anagen, Wachstumsphase, Katagen, Übergangsphase und Telogen, Ruhephase. In der Anagenphase wächst das Haar aktiv und diese Phase dauert normalerweise mehrere Jahre. Die Katagenphase ist eine Übergangsperiode von einigen Wochen, in der das Wachstum stoppt und das Haar am Follikel haften bleibt. Schließlich ruht das Haar in der Telogenphase und nach einigen Monaten fällt es aus und neues Haarwachstum beginnt. Die Wachstumsgeschwindigkeit und Gesundheit deines Haares werden stark von genetischen Faktoren beeinflusst, aber auch Ernährung und Lebensstil spielen eine wichtige Rolle. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung, besonders reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralien, hilft, dein Haar stark und gesund zu halten. Außerdem sind Umweltfaktoren, Stress und die Verwendung von Haarpflegeprodukten externe Faktoren, die die Haargesundheit beeinflussen. All diese Faktoren können die allgemeine Gesundheit und das Wachstum deiner Haare beeinflussen und daher ist es wichtig, einen ganzheitlichen Ansatz für gesunde Haare zu verfolgen. Die Gesundheit unserer Haare ist eng mit unseren täglichen Gewohnheiten und unserer Ernährung verbunden. Unsere Haare sind ein Spiegelbild der allgemeinen Gesundheit unseres Körpers und daher führt ein gesunder Körper auch zu gesundem Haar. Lassen uns zunächst auf die Ernährung konzentrieren. Eine Diät, die die grundlegenden Vitamine und Mineralien für das gesunde Wachstum der Haare enthält, stärkt die Haarfollikel und fördert ihr schnelleres Wachstum. Insbesondere Proteine, Omega-3-Fettsäuren, Eisen, Zink sowie die Vitamine A, C und E sind für die Gesundheit der Haare von entscheidender Bedeutung. Diese Nährstoffe in deine Ernährung einzubeziehen, hilft dabei, dass deine Haare gesünder und stärker werden. Eier, Lachs, Walnüsse, grünes Blattgemüse, Avocados und Früchte sind ausgezeichnete Lebensmittel, die diese Nährstoffe enthalten. Was die Haarpflegeroutine angeht, spielen auch die von dir verwendeten Produkte und Anwendungen eine große Rolle für die Gesundheit deiner Haare. Chemische Behandlungen und häufige Anwendungen von Hitze können die Haare schwächen und zu Brüchen führen. Daher kann die Verwendung von Produkten, die dein Haar sanft reinigen und nähren, die Haargesundheit verbessern. Regelmäßige Kopfhautmassagen erhöhen die Durchblutung und fördern so gesündere Haarfollikel. Du kannst deinem Haar auch mit Haarmasken und natürlichen Ölen eine tiefe Pflege bieten. Zum Beispiel nähren und befeuchten natürliche Öle wie Olivenöl, Kokosöl und Arganöl das Haar. Es ist auch wichtig, Shampoo und Conditioner zu verwenden, die zu deinem Haartyp passen. Sei beim Waschen und Trocknen deines Haares sanft, um eine Schwächung und Brüche der Haarsträhnen zu vermeiden. Wenn du dein Haar auf natürliche Weise verlängern möchtest, gibt es ein einfaches, aber effektives Rezept, das du zu Hause zubereiten kannst. Dieses Rezept nährt die Haarwurzeln und kann das schnelle Wachstum deiner Haare fördern. Die benötigten Zutaten sind recht einfach. Olivenöl, Kokosöl und einige Tropfen ätherisches Öl, zum Beispiel Lavendel- oder Rosmarinöl. Um diese natürliche Mischung vorzubereiten, mische gleiche Mengen Olivenöl und Kokosöl in einer Schüssel. Füge dann einige Tropfen deines bevorzugten ätherischen Öls hinzu. Trage die Mischung sanft auf die Kopfhaut und die Haarsträhnen auf, insbesondere durch Massieren der Haarwurzeln. Dies erhöht die Durchblutung und ermöglicht eine bessere Nährstoffversorgung der Haarwurzeln. Halte diese Mischung mindestens eine Stunde lang in deinem Haar, idealerweise länger. Wasche dann deine Haare mit lauwarmem Wasser und einem milden Shampoo. Wenn du diese Anwendung einmal oder zweimal pro Woche wiederholst, kann dies im Laufe der Zeit dazu beitragen, dass dein Haar gesünder und schneller wächst. Wenn du nach einer anderen interessanten Methode suchst, um dein Haar schneller wachsen zu lassen, wie wäre es, wenn du eines der Wunder der Natur ausprobierst? Zum Beispiel Zwiebelsaft. Ja, Zwiebelsaft. Das mag zunächst seltsam klingen, aber Zwiebelsaft kann, wenn er auf die Kopfhaut aufgetragen wird, das Haarwachstum fördern. Wie bereitet man Zwiebelsaft zu und wie verwendet man ihn? Zuerst schneide einige Zwiebeln fein und verwende ein Tuch, um den Saft herauszupressen. Trage diesen Zwiebelsaft sorgfältig auf die Haarwurzeln auf. Zwiebelsaft enthält Schwefel, der die Haarfollikel stärkt, Haarausfall reduziert und das Haarwachstum fördert. Nachdem du den Zwiebelsaft auf die Kopfhaut aufgetragen hast, lass ihn etwa 15 Minuten einwirken und wasche dann dein Haar mit lauwarmem Wasser. Diese Methode kann etwas unangenehm riechen, daher könnte es eine gute Idee sein, deine Haare nach der Anwendung mit einem leicht duftenden Shampoo zu waschen. Die Effekte von Zwiebelsaft auf das Haarwachstum können es jedoch wert sein, den etwas unangenehmen Geruch zu ertragen. Wie wäre es mit einer weiteren ungewöhnlichen und interessanten Information über die Gesundheit der Haare? Die Vorteile von grünem Tee für das Haar Ja, grüner Tee ist nicht nur zum Trinken da, sondern kann auch zur Gesundheit der Haare beitragen. Grüner Tee, der reich an Antioxidantien ist, kann helfen, Haarausfall zu verhindern. Die regelmäßige Anwendung von grünem Tee auf der Kopfhaut stärkt die Haarwurzeln und kann Haarausfall reduzieren. Einfach gebrauchte Grünteebeutel für eine Weile in heißem Wasser einweichen und dieses Wasser dann in die Kopfhaut einmassieren. Dies ist nicht nur entspannend, sondern auch nützlich für die Gesundheit der Haare. Ein weiteres Detail, das man vielleicht nicht sofort in Betracht zieht, ist der Einfluss von Seidenkissenbezügen auf die Gesundheit der Haare. Seide kann die Reibung reduzieren und somit das Brechen der Haare verhindern. Im Vergleich zu Baumwollkissenbezügen verursachen Seidenoberflächen weniger Verknotung und somit weniger Haarbruch. Daher kann die Verwendung eines Seidenkissenbezugs dazu beitragen, dass deine Haare gesünder wachsen. Eine weitere natürliche Methode für das Haarwachstum ist die Verwendung von Aloe Vera Gel. Aloe Vera befeuchtet und repariert die Kopfhaut, was das Haarwachstum fördern kann. Du kannst Aloe Vera Gel direkt auf die Kopfhaut auftragen oder es zu Haarpflegeprodukten hinzufügen. Aloe Vera macht das Haar weich und verleiht ihm Glanz, während es gleichzeitig Haarausfall reduziert. Diese interessanten und natürlichen Methoden können eine Alternative zu herkömmlichen Haarpflegerroutinen bieten und zur Verbesserung der Haargesundheit beitragen. Die Erprobung solcher natürlichen und sanften Methoden in der Haarpflege kann langfristig positive Ergebnisse für die Gesundheit deiner Haare bringen. Allerdings variiert das Haarwachstum von Person zu Person und genetische Faktoren können diesen Prozess ebenfalls beeinflussen. In der Regel wachsen Haare monatlich um etwa 1 bis 1,5 cm. Wenn Du diese natürliche Methode regelmäßig anwendest, könntest Du innerhalb einiger Monate feststellen, dass Deine Haare gesünder wachsen. Dieser Prozess erfordert jedoch Geduld und die Wachstumsgeschwindigkeit der Haare kann je nach Deinen persönlichen Eigenschaften und Deinem allgemeinen Gesundheitszustand variieren. Deshalb solltest Du diese Methode eher als eine langfristige Investition in die Gesundheit Deiner Haare betrachten, anstatt sofortige Ergebnisse zu erwarten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Verständnis der inneren Struktur Deiner Haare. Jede Haarsträhne besteht aus einem Protein namens Keratin, dem grundlegenden Baustein des Haares. Die Aufnahme von Nährstoffen, die die Keratinproduktion unterstützen, kann dazu beitragen, dass die Haare gesünder wachsen. Nahrungsmittel, die Biotin, Zink und Proteine enthalten, unterstützen die Keratinproduktion und verbessern die Gesundheit der Haare. Wir müssen auch über Umweltfaktoren sprechen, die die Gesundheit und das Wachstum der Haare beeinflussen können. Umweltfaktoren, denen wir im täglichen Leben ausgesetzt sind, können sich negativ auf die Haargesundheit auswirken. Luftverschmutzung, Sonnenstrahlen und hartes Wasser können das Haar schwächen und zu Brüchen führen. Daher ist es wichtig, Dein Haar vor äußeren Einflüssen zu schützen. Zum Beispiel kann das Tragen eines Hutes an sonnigen Tagen oder die Verwendung von Ultraviolett-Schutzhaarprodukten das Haar vor schädlichen Sonneneinwirkungen schützen. Mit diesen fortgeschrittenen Methoden und Informationen kannst Du einen umfassenderen Pflegeplan zur Unterstützung der Haargesundheit und des Wachstums erstellen. Jeder dieser Punkte unterstützt die Gesundheit der Haare auf unterschiedliche Weise und kann dazu beitragen, dass Dein Haar schneller und gesünder wächst. Die Haarpflege sollte nicht nur auf äußerliche Anwendungen beschränkt sein, sondern auch den allgemeinen Lebensstil und gesundheitliche Gewohnheiten umfassen. Diese Methoden und Lebensstiländerungen können dazu beitragen, dass Dein Haar gesund wächst und stärker wird. Dieser ganzheitliche Ansatz hilft dabei, die Gesundheit der Haare langfristig zu erhalten und zu verbessern. Wenn Dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben, um mehr inspirierende und informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen! Letztendlich ist Geduld der Schlüssel. Haarwachstum ist ein langsamer Prozess und es ist wichtig, in diesem Prozess geduldig zu sein. Mit gesunden Lebensgewohnheiten, regelmäßiger Pflege und natürlichen Methoden kombiniert mit den großartigen Rezepten, die ich Dir gegeben habe, kannst Du dafür sorgen, dass Dein Haar gesund wächst und stärker wird. Sei geduldig auf dieser Reise und lass die natürliche Schönheit Deiner Haare zum Vorschein kommen. Lass uns in den Kommentaren wissen, welches Thema Dich am meisten interessiert und wir werden unser Bestes geben, auch dazu ein Video machen.